Glocke A, das wird, ich merke schon. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe ja Bock auf unser Thema heute, die Kunst der Partnerfindung. Es wird spannend, so viel kann ich schon mal sagen. Und ich möchte euch vorweg schicken, es ist wirklich eine Kunst, einen Partner zu finden. Das erste, was mir einfiel zu dieser Thematik, ist eine biblische Geschichte, ihr habt sie vielleicht auch schon mal gehört. Da war der Jakob und der Jakob, der war ziemlich verknallt in die Rahel. Und was musste er machen? Er musste sieben Jahre lang arbeiten, um die Rahel zur Frau zu nehmen. Ja, so war der Plan. Dann aber Pustekuchen. Als sie sieben Jahre um waren und er seine Hochzeitsnacht hatte, es war wahrscheinlich ziemlich dunkel, hat er am nächsten Morgen festgestellt, war gar nicht die Rahel, war die Schwester, die Lea. Ja, ungünstig. Dann hat er einen Plan geschmiedet mit dem Vater, das war auch gleichzeitig sein Onkel von der Rahel. Er hat gesagt, was machst du da für einen Blödsinn, wieso machst du das? Und er hat gesagt, ja, das ist bei uns so, die Ältere vor der Jüngeren. Und deswegen hat er dann die Lea gehabt. Und hat dann aber gesagt, das ist kein Problem, Jakob, wir machen das so, du arbeitest einfach noch mal sieben Jahre für mich und dann kriegst du auch die Rahel. Also 14 Jahre arbeiten, um einen Partner zu finden oder den Partner zu finden, den man vielleicht unbedingt haben will. Krasse Aufwand, oder? Ich hoffe, ganz so anstrengend wie bei Jakob ist es bei dir nicht. Und es ist trotzdem gut, das als Einstieg zu haben, weil wir sehen können, ganz viel in der Bibel, dass es Themen gibt zum Partner finden. Und trotzdem, jetzt kommt mein Herzensanliegen, möchte ich diesem Thema etwas vorweg schicken, was nicht direkt das Thema ist, nur so indirekt. Ich nenne sie passend hier zum Thema, die wichtigste Partnerschaft in deinem Leben ist deine Beziehung, deine Partnerschaft zu Gott. Wenn du Erfüllung im Leben suchst, such sie bitte nicht in einer Beziehung zu Menschen, obwohl das mega wichtig ist, da sprechen wir gleich drüber. Suche sie in Gott, weil wenn du da erfüllt bist, hast du erstmal alles, was du brauchst. Da kannst du sogar als Single durchs Leben gehen und bist super mega happy. Ich meine hiermit, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass eine Partnerschaft zwischen Menschen dich niemals komplett glücklich macht. Auch ein menschlicher Partner kann dir keine absolute Erfüllung bringen. Also bitte, lass uns mal als erstes festhalten, Gott allein kann alles geben, was du wirklich brauchst. Richtige Zufriedenheit, richtige Gelassenheit im Leben, wirkliche Freude im Leben kommt von ihm. Es gab viele Männer und Frauen vor uns, die ohne Partner super glücklich waren. Paulus zum Beispiel aus der Bibel ist uns ein großes Vorbild, der ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, heiraten ist gut, aber nicht heiraten ist besser. Wenn du durch Glauben an Jesus Frieden mit Gott hast, ihn mehr und mehr kennenlernst und mit ihm unterwegs bist, dann ist das die bestmögliche Partnerfindung und die ist bereits, ich habe es hier mal aufgeschrieben, abgeschlossen. Die wichtigste Partnerfindung im Leben ist die zwischen dir und Gott. Trotzdem, Partnerschaft ist wichtig. Und es geht uns heute ganz konkret um eine Partnerschaft, nämlich der zwischen Mann und Frau. Wir könnten natürlich heutzutage jede andere diverse Partnerschaft hier aufhören, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja als Christen in die Bibel gucken und sagen, was hat Gott sich unter Partnerschaft ausgedacht. Und da ist nun mal der Fokus auf Mann und Frau. Deswegen spreche ich über diese Partnerschaft. Und wenn wir da reingucken, dann sehen wir ganz klar zwei Dinge. Erstmal, Gott hat sich das gedacht mit der Partnerschaft. Das ist was von Gott. Es ist etwas von ihm. Und das andere ist, es ist etwas Gutes, was er sich ausgedacht hat. Ja, Paulus hat zwar gesagt, nicht heiraten ist besser, aber es gibt genauso viele Stellen, die dann sagen, es ist gut in einer Partnerschaft zu sein. Und ich habe gedacht, ich möchte zu diesem Thema am Anfang ein paar Grundlagen legen. Was ist wichtig? Dann werden wir uns zusammen eine Checkliste angucken. Ja, das wird spannend. Und zum Schluss habe ich ein paar praktische Tipps im Gepäck, die uns helfen, ziemlich kunstvoll unseren Partner zu finden. Seid ihr bereit? Gut. Ich bin im Übrigen sicher, dass wir alle von diesem Thema profitieren können. Kai hat es am Anfang schön gesagt, das ist für den einen gerade gar nicht das Thema. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass Gott dir heute Morgen was zeigen will. Und es ist egal, ob du vielleicht schon lange in einer Partnerschaft bist, ob du dir sagst, ich will das sowieso nicht. Ja, ich bleibe für immer Single. Mindestens für Menschen in deinem Umfeld kann es hilfreich sein, wenn du eine gesunde Sichtweise zu diesem Thema hast. Und außerdem wirst du im Rückspiegel vielleicht Dinge sehen und feststellen, wo du sagst, hey, das habe ich irgendwie komisch gemacht und du kannst sie von jetzt an anders leben. Und deswegen bin ich überzeugt, sind wir alle angesprochen. Und ich möchte noch eine wichtige Sache vorab sagen. Gerade im Bereich von Partnerschaft gibt es auch immer wieder Themen, die individuell betrachtet werden müssen. Ich denke, man kann einfach nicht alles über einen Kamm scheren. Ich sage das aufgrund möglichen Missbrauchs, trauriger oder vielleicht sogar traumatischer Erlebnisse, die man haben kann in dem Thema. Und ich möchte sagen, falls es dich anspricht, dann berücksichtige das. Ja, es ist nicht eins und null dieses Thema, sondern es ist oft so, dass man es individuell betrachten muss. Und gleichzeitig möchte ich dazu vorweg schicken, bei unserem Gott gibt es Heilung. Sogar für die allerschlimmsten Dinge, die passiert sind oder die dir widerfahren sind. Und ich will dir Mut machen, wenn das so ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da, wo du vielleicht mit alten Dingen zu kämpfen hast und wirklich diese Hilfe zu nutzen, um da Befreiung zu erleben. Und abschließend noch zur Einleitung. Ich werde natürlich in der halben Stunde jetzt hier nur einen Teil zu diesem großen Thema sagen können. Du hättest vielleicht noch ganz viele andere Punkte auf deiner Agenda. Nimm einfach das mit, wo du sagst, das ist gut für mich, das hilft mir und daraus kann ich was lernen. Jetzt ist der Schwerpunkt natürlich auf Menschen, jung oder alt, die einen Partner suchen und finden. Und damit zu mir. Wer bin ich, dass ich etwas hier sagen kann zum Thema Kunst der Partnerfindung? Bin ich etwa gut im Partnerfinden? Ich will euch ganz kurz Zeit haben lassen an meiner Story. Ich war Teenie und habe gemerkt, ah interessant, das andere Geschlecht zieht mich schon so ein bisschen an. Ist schon irgendwie interessant, wie Gott das so gemacht hat. Und im gleichen Moment habe ich eigentlich gemerkt, ja, ich bin aber noch ein bisschen schüchtern. Ich traue mich noch gar nicht, so die Mädels anzusprechen. Also habe ich gesagt, alles klar, du bist noch nicht so weit, warte mal ein bisschen ab. Und dann war ich Jugendlicher und habe das zweite Mal in meinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe gesagt, ich möchte Jesus nachfolgen mit allem, was ich habe, bin und kann. Und in dem Zusammenhang habe ich viele Predigten gehört, unter anderem auch zu solchen Themen. Verliebt, verlobt, verheiratet, kann ich sehr empfehlen. Ich habe da ein paar Tipps, wenn ihr was braucht. Und dann wurde mir klar, als Jugendlicher, du bist immer noch nicht so weit. Macht noch keinen Sinn. Lass dir mal noch Zeit. Habe ich auch so gemacht. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich trotzdem sagte, ja, aber die Frauen sind schon interessant. Ja, finde ich schon ganz toll. Der Moment aber, wo ich mir sagen musste, hey, weißt du was, Daniel, du musst, damit das funktioniert, das Ding an Gott abgeben. Wenn du versuchst, alleine zu suchen und zu finden und zu machen, das wird super schwierig. Und aufgrund einiger Learnings, die ich hatte, auch in dem Bereich mit den Predigten, die ich gehört habe und so weiter, habe ich angefangen zu glauben, dass Gott das für mich regelt. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Gott wird das für mich regeln, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frau. Ich habe es hier vorhin nochmal auf die Folie gebracht. Glaube, ich will dir Mut machen dazu, glaube, dass Gott Partnerschaft für dich regelt, zum richtigen Zeitpunkt der richtige Partner. Das fiel mir ganz schön schwer, ja, um es genau zu nehmen, aber ich habe diese Entscheidung getroffen und tatsächlich ging es danach ratzfatz. Also es gab wirklich für mich dieses Erlebnis, wo ich merkte, du hast es Gott abgegeben, du vertraust ihm, dass er das zum richtigen Zeitpunkt für dich löst. Kaum hatte ich das so für mich fest, schon sah ich sie, wie nett die. Naja, das Verrückte daran war, wir kannten uns eigentlich schon immer, aber wir haben nie ernsthaft darüber nachgedacht, dass wir unser Leben miteinander teilen, dass wir als Partner durchs Leben gehen. Und dann aber war dieser Moment, wo Gott meine Augen für sie geöffnet hat und Gott hat das Gleiche bei ihr gemacht, für mich. Und naja, danach ging alles ganz schön schnell, das Ergebnis kennt ihr ja. Also um die Frage zu beantworten, bin ich gut im Partner finden? Ich habe tatsächlich nur einmal in meinem Leben einen Partner gefunden. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Wenn ich zurückblicke, sage ich euch ganz ehrlich, ich bin total froh darüber, dass ich nicht verschiedenste Beziehungen vorher hatte. Frau Mananetti, ich sehe riesen Vorteile darin. Ich kann mich total auf meine eine Frau konzentrieren. Ich habe nicht irgendwelche anderen Beziehungen im Kopf, die ich vielleicht früher hatte. Und ich glaube, das ist heute eine große Last für Menschen, für viele Menschen. Menschen, sie vergleichen, sie haben Gedanken an Ex, Ex und wieder Ex-Partner, sind kaum bei der Sache in ihrer eigentlichen Beziehung. Und wenn dann irgendwas klemmt oder nicht so läuft, dann ist der nächste Ex schon auf der Liste. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr traurig und es ist auch nicht zielführend. Deshalb will ich dir Mut machen, gerade auch dann, wenn du denkst, du bist im Hintertreffen und brauchst doch auch mal oder endlich wieder einen Partner. Vielleicht auch dann, wenn du noch nie einen hattest, möchte ich dir sagen, bitte denk nicht so. Vertraue Gott, er hat viel Größeres mit dir vor, gerade im Bereich von Partnerschaft. Und hier kommt ein erstes wichtiges Learning. Du musst auf keinen Fall mehrere Partner haben, bevor du deinen finalen Lebenspartner findest. Das ist eine Lüge. Es ist vollkommen gut, auf die eine Person zu warten und auch nur diese eine Beziehung zu haben. Und wenn möglich, wenn Gott es zulässt, ein Leben lang. Das ist was Besonderes, Leute. Immer wieder neue Beziehungen anfangen, nur weil der letzte Partner dann doch nicht so wollte wie ich. Das ist im Prinzip einfach, das kann fast jeder. Aber eine Beziehung, ein Leben lang zu führen, das ist was Besonderes. Ich bin mega froh, dass wir viele Paare hier in der Gemeinde haben, die Silberhochzeit schon hatten, die vielleicht 30, 40, vielleicht sogar goldene Hochzeit, 50 Jahre verheiratet sind. Hey, das ist was Besonderes. Und wenn die dann noch glücklich dabei sind, dann kann man doch wirklich sagen, die haben ihr Fundament richtig gelegt. Ja, da ist was, was sie zusammenhält. Manche fragen sich dann vielleicht, wie hältst du das so lange aus? Aber wenn du das Fundament richtig gelegt hast, dann wird das immer schöner. Und dann kann das richtig aufblühen. Wir schauen uns jetzt mal praktisch an, wie kann das gehen? Was ist wichtig auf dem Weg der Partnerfindung? Welche Grundlagen sollte man legen? Und ich habe zwei Bereiche, jetzt kommen wir sozusagen zu dieser Checkliste. Zwei Bereiche, wo ich gesagt habe, das ist wichtig. Zum einen, welche Bedingungen gibt es? Was ist im Vorfeld zu beachten zu dem Thema Partnerschaft? Da kommen drei Punkte. Und dann, was kann ich konkret tun, um einen Partner zu finden? Also da werden wir so ein paar praktische Steps machen. Was kann ich jetzt machen, um so einen Partner zu finden? Aber das, erst mal das Wichtige wirklich im Vorfeld. Hey, was ist wichtig im Vorfeld deiner Partnerfindung? Ja, und ich spreche zu Christen, davon gehe ich aus. Zumindest Leute, die sagen, ich möchte diesen Gott kennenlernen, sonst wäre ich heute Morgen nicht hier. Und deswegen gucke ich natürlich in die Bibel. Und die Bibel hat einen ganz großen Schwerpunkt dabei, eine Bedingung. Und die nennt sich, folgt dein möglicher Partner, auch Jesus nach. Ist er auch Christ? Wisst ihr, wenn wir ins Alte Testament gucken, dann ist Gott immer wieder mit seinem Volk Israel beschäftigt. Und er sagt, ich habe euch ausgewählt, ich liebe euch, tut mir noch einen Gefallen, betet mich an. Und er sagt immer wieder, da sind andere Völker, die beten Götzen an, Götter, dies und das und jenes. Was alles nicht zielführend ist. Wenn ihr einen Partner sucht, ihr sollt das gerne tun, dann sucht einen aus dem Volk. Ihr seid groß genug aus dem Volk Israel, aus dem Volk, was ich ausgewählt habe. Und nicht aus anderen Göttern, das funktioniert nicht. Und es gibt viele, viele Stellen, die darauf hinweisen und zeigen, dass es nicht gut ist, einen Partner sich zu suchen, der nicht das gleiche Fundament im Glauben hat. Wenn wir ins Neue Testament gehen, ganz oft wird davon gesprochen, es ist wichtig und richtig und gut, dass ein Christ einen Christ heiratet oder zusammenkommt mit einem Christen. Ich möchte vielleicht eine der bekanntesten Stellen mal lesen, aus 2. Korinther, wo Paulus darüber spricht. Und er sagt im 6. Kapitel, Verse 14 und 15, Und es geht sogar noch weiter an einer Stelle, Da kommt diese traurige Situation, dass er sagt, ich habe meinen Partner verloren. Das ist mega schlimm und traurig. Und im selben Zug sagt er, du bist frei, dir einen neuen Partner zu suchen. Du darfst einen neuen Partner haben, das ist okay. Er nennt nur eine einzige Bedingung. Wisst ihr, welches es ist? Er sagt, nur im Herrn muss es geschehen. Du darfst dir einen Partner aussuchen, du bist frei. Nur im Herrn muss es geschehen. Also genau das gleiche wieder. Jemand, der auch glaubt, jemand, der auch Jesus nachfolgen will. Das ist die Bedingung. Warum ist das so? Wenn du kein Christ bist und Jesus nicht nachfolgst, dann lebst du für das, was dir wichtig ist. Wenn du Christ bist, dann lebst du für ihn, für das, was ihm wichtig ist. Beides liegt kilometerweit auseinander. Schau dir zum Beispiel mal diesen Tisch hier an. Stell dir vor, der Tisch ist der Weg Jesus nach. Ein Leben danach, was ihm wichtig ist. Die Bühne hier, wo ich rumlaufe, ist sozusagen die Welt, alles andere, wo wir uns befinden. Also das, was jedem eigentlich wichtig ist, der Jesus nicht nachfolgt. Es ist leichter, auf der Bühne rumzulaufen, als auf dem Tisch. Es ist leichter, mit der Masse in der Welt zu gehen, als Jesus nachzugehen. Passen hat Jesus dazu gesagt, es sind wenige, die den Weg finden, die ihm nachgehen, die ihm folgen. Aber es sind viele, der Strom ist groß, die Leute, die vorbeilaufen und sagen, ich will das nicht, ist mir zu umständlich, habe mir zu viele Regeln vielleicht, oder dies und das und jenes. Mein Schatz, darf ich dich mal nach vorne bitten? Es ist generell schwer, dauerhaft den Weg auf dem Tisch zu gehen. Wer Netti jetzt hier oben sagt, ich bin zwar hier oben, aber ich gehe mal mit meinem Partner hier unten auf der Bühne, auch wenn der Jesus nicht folgen will, irgendwie wird es schon, dann endet das wahrscheinlich da, dass Netti nicht mehr lange oben auf dem Tisch geht. Der Grund, es ist viel einfacher, dass ich Netti runterziehe zu mir, als dass sie mich hochgezogen bekommt, oder? Probier doch mal, Schatz. Zieh mich mal hoch zu dir. Da muss man schon ein bisschen mehr noch, ne? Aber, wisst ihr, weil ich habe wirklich Bewegungsfreiheit und wenn ich, ich brauche mich wahrscheinlich nur nach hinten lehnen und ziemlich einfach, wird sie das Gleichgewicht verlieren und bei mir unten sein. Und daran siehst du, dass es keinen Sinn macht, eine Partnerschaft einzugehen, wenn der eine hier oben ist und der andere hier unten steht. Wenn dem einen Menschen das nicht interessiert und der eine sagt, das ist aber mein Leben, ich will diesem Jesus nachfolgen. Es wird Probleme geben. Und das Einzige, oder das, was funktioniert, das kann ich euch auch sagen, und jetzt gehen wir hoch, wenn wir sagen zusammen, wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen, wir wollen gemeinsam auf diesem Weg sein, weil sogar wenn einer wackelt oder einer strauchelt oder er hat gerade Probleme oder zu kämpfen, können wir uns immer noch festhalten. Weil wir sind zusammen auf diesem Weg. Wir wissen, das ist unser Fundament, nicht das alles andere, sondern das ist unser Fundament. Dafür leben wir, danach leben wir. Und deswegen möchten wir euch so Mut machen, sagen, ja, ich will auch eine Beziehung, wenn, mit jemandem eingehen, der auch Jesus nachfolgt. Das ist das Wichtigste im Leben. Gib dich, mein Schatz. Froh, dass ich mit dir zusammen sein darf. Woo! Dieser Punkt ist so wichtig, Leute, glaubt mir. Ich habe es leider schon ganz oft gesehen erlebt, was passiert und wie das ist, wenn genau das nicht eingehalten wird. Es gibt Ausnahmen, keine Frage. Es gibt Geschichten, wo ein Gläubiger und ein Ungläubiger zusammen waren und der Ungläubige hat nachher doch Jesus gefunden. Ja, gibt es, mag es geben, aber es ist nicht das, was Gott sich ausgedacht hat. Ich glaube auch, wenn es dir passiert oder du machst das, zu welchem Grund auch immer, Gott wird dich nicht weniger lieben. Aber der Weg, den er mit dir vorhat, der wird anders sein. Und es wird zu Schwierigkeiten kommen. Deswegen will ich dir so sehr Mut machen, zu sagen, das ist für mich meine absolute Nummer-eins-Bedingung. Ich suche nur ein Christenhaus und ich will mit einem Christen, mit Jesus gemeinsam nachfolgen. Ein zweiter und eine dritte Bedingung, die werden nicht ganz so ausführlich, keine Sorge. Mein zweiter Punkt ist, was ist noch wichtig? Passen die Grundbedingungen? Was meine ich damit? Alter, Charakter, Werte, Aussehen. Natürlich ist es wichtig, dass die Person, mit der du vielleicht zusammen sein willst, dir gefällt. Äußerlich, innerlich, Charakter. Ja, es ist gut, wenn du eine Frau haben willst, die hübsch ist oder ein Mann, der attraktiv ist. Das macht absolut Sinn. Ich will das nicht hinten ausklammern, sondern das ist natürlich auch wichtig in der Partnerfindung. Die Werte müssen stimmen. Was meine ich damit? Zum Beispiel, der eine sagt sich, als junger Mensch, für mich ist es absolut kein Thema, ich will niemals in meinem Leben Kinder haben. Und die Frau sagt vielleicht, ja, auf jeden Fall, Kinder ist für mich das Größte, ich will Kinder haben. Ihr werdet ein Riesenproblem bekommen, wenn ihr euch das nicht vorher, wenn ihr nicht vorher klar seid damit. Deswegen sind so Werte enorm wichtig. Und dann habe ich da noch reingeschrieben, als erstes Alter, das Alter, was meine ich damit? Wenn du zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre alt bist, macht es keinen Sinn für dich, eine Partnerschaft einzugehen. Warum? Wir haben letzte Woche von dem Thema gehört, da ging es um Sexualität. Und Sexualität ist etwas Gutes, was Gott gegeben hat, wo er gleichzeitig sagt, ich gebe einen Rahmen dafür, wie diese Sexualität funktioniert. Und es ist der Rahmen der Ehe. Heiraten darfst du in Deutschland ab 18, machen die wenigsten von uns, meistens eher später, aber ab 18 darfst du heiraten. Und wenn du 12, 13, 14 bist, dann ist das eine lange Zeit. Und wenn du dir sagst, wahrscheinlich ich heirate sowieso frühestens mit Mitte 20 oder noch später. Wie willst du das schaffen, diesen Rahmen für Sexualität einzuhalten? Das ist fast unmöglich. Deswegen will ich dir Mut machen, nutz die Zeit, wenn du jung bist, gerade wenn du jung bist. Folge Jesus nach, lern ihn kennen. Alles andere wird kommen. Und es hilft sowieso noch, das kommen wir gleich auch noch kurz zu, dass es dich attraktiver macht für deinen zukünftigen Partner. Also, wichtige Bedingungen. Wir haben das Prinzip, dass wir Jesus nachfolgen. Und wir haben gesagt, die Grundbedingungen müssen passen. Und ein dritter Punkt, wenn du an dein Gegenüber wieder denkst, ich habe ihn genannt, wo steht dein Gegenüber? Was meint das? Konflikte, lernfähig, Bereitschaft sich zu verändern. Ja, wo steht er, wenn du ihn mal oder sie woanders erlebst? Wie geht die Person mit solchen Situationen um? Ist sie lernfähig oder weiß sie sowieso alles schon besser? Dann wird es schwierig. Das sind Dinge, die du prüfen darfst und prüfen solltest. Und hat die Person eine Bereitschaft, sich zu verändern? Weil das ist wichtig. Wenn du später über 30, 40, 50 Jahre zusammen sein willst, dann musst du eine Bereitschaft haben, deinem Gegenüber dich zu verändern. Wichtiges im Vorfeld deiner Partnerfindung. Also im Zweifel, wenn du dir mal unsicher bist, dann kannst du einfach diese drei Punkte im Hinterkopf behalten. Wenn es mal irgendwie schnell gehen muss und sagst dir, okay, passen die Punkte, dann kann ich die Person weiter kennenlernen. Passen sie nicht? Ist hier schon irgendwie ein Stopp? Ja, dann lass es besser. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten großen Punkt. Was kannst du tun für deine Partnerfindung? Tja, was kannst du tun? Das Erste, ich habe es genannt, ich glaube, es ist wieder ein Schwerpunkt, so wie gerade der erste Punkt, beten. Wenn du als Christ unterwegs bist, hey, Gott hat schon einen perfekten Plan für dich und für dein Leben, auch für Partnerschaft in deinem Leben. Da musst du doch nur noch hören, was sagt er dir? Also gehst du mit ihm in den Austausch, ins Gespräch. Hör auf, dich verrückt zu machen. Gib es Gott ab. Er kennt doch deine Sehnsüchte. Und dann bete, was das Zeug hält. Er wird es gut machen. Deine Partnerfindung. Und ich freue mich, wir werden eine Lesung jetzt hören von Kai, wo es auch eine biblische Geschichte gibt. Aus 1. Mose 24. Und da geht es konkret um eine Partnerfindung auch. Und wir werden nur einzelne Verse hören, das wäre sonst zu lang, aber hört mal drauf, wie die Person agiert hat und wie sie im Gebet war, gebetet hat, um diesen Partner zu finden. Kai, darfst du bitte mal nach vorne kommen. Abraham. Sagte Abraham zu seinem ältesten Diener, der alles verwaltete, was er besaß, ich werde dich schwören lassen bei Jahwe, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn keine Frau auserwählst, die hier aus dem Land Kanaren stand. Jahwe, der Gott des Himmels, der wird seinen Engel vor dir her schicken, dass du eine Frau für meinen Sohn finden kannst. Er reiste nach Mesopotamien in die Stadt Nahoas. In der Nähe des Brunnens vor der Stadt ließ er die Kamele niederknien. Dann betete er, Jahwe, Gott, meines Herrn Abraham, lass es doch heute gelingen und erfülle den Wunsch meines Herrn. Du siehst, ich stehe hier an der Quelle und gleich kommen die jungen Frauen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Dann will ich eine von ihnen bitten, neige doch deinen Krug, dass ich trinken kann. Wenn sie dann sagt, trink nur, ich will auch deine Kamele trinken, dann lass die es sein, die du für deinen Diener Isaak bestimmt hast. Dann werde ich erkennen, dass du meinem Herrn gnädig bist. Er hatte noch nicht zu Ende gebetet, als Rebekah mit einem Wasserkrug auf der Schulter aus der Stadt kam. Sie war die Tochter von Betuel und die Enkelin von Milka, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Rebekah war sehr schön, eine unberührte junge Frau. Noch hatte kein Mann mit ihr geschlafen. Sie stieg die Stufen zur Quelle hinunter, füllte ihren Krug und kam wieder hinauf. Da lief der Diener ihr entgegen und sagte, lass mich doch ein wenig aus deinem Krug schlürfen. Trink nur her, sagte sie, nahm den Krug von der Schulter in die Hand und ließ ihn trinken. Als er genug getrunken hatte, sagte sie, ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie ausreichend gedrängt sind. Schnell goss sie ihren Krug in die Trinkrinne und eilte zur Quelle zurück. Sie schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Der Mann beobachtete sie, schwieg aber, um zu sehen, ob Jahwe seine Reise gelingen lassen würde. Da kniete der Mann sich hin, verbeugte sich vor Jahwe und betete, gepriesen sei Jahwe, der Gott meines Herrn Abraham. Er hat ihm seine Güte und Treue nicht entzogen, denn er hat mich zum Haus seines Verwandten meines Herrn geführt. Mein Herr hatte mir aufgetragen, Jahwe, vor dem ich lebe, wird seinen Engel mit dir schicken und deine Reise gelingen lassen, dass du eine Frau für meinen Sohn aus meiner Verwandtschaft, der Familie meines Vaters, holen kannst. So kam ich heute zu der Quelle und betete, Jahwe, Gott meines Herrn Abraham, lass doch meine Reise gelingen. Da kniete ich hin und verbeugte mich vor Jahwe. Ich dankte Jahwe, dem Gott meines Herrn Abraham, dass er mich in Treue den Weg geführt hat, dass ich die Tochter vom Bruder meines Herrn als Frau für seinen Sohn erbitten kann. Wenn ihr nur meinem Herrn Gunst und Vertrauen schenken wollt, dann sagt es mir und wenn nicht, dann sagt es mir auch. Dann werde ich anders besuchen. Da antworteten Laban und Betuel, das hat Jahwe gefügt. Wir können weder Ja noch Nein dazu sagen. Hier ist Rebekah, nimm sie mit. Sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie es Jahwe gefügt hat. Als Abrahams Diener das hörte, warf er sich auf die Erde und huldigte Jahwe. Isaak führte Rebekah ins Zelt seiner Mutter Sarah, er nahm sie zur Frau und gewann sie lieb. Danke, Kai. Ihr könnt sehen, was Gebet für einen Einfluss hat und was es für ein Punkt ist, den du tun kannst, um einen Partner zu finden. Und das ist ein Punkt, den du dauerhaft tun kannst. Du kannst natürlich auch in deiner Partnerschaft für deinen Partner beten, solltest du auch tun, aber auch als Vorbereitung generell beten, beten, beten. Lass dich nicht abhalten vom Gebet, um das zu erbitten und die Tür dafür zu öffnen, dass du einen Partner findest. Das kannst du alle Zeit konkret tun. Und wir sind in dieser To-Liste und ich gehe mal weiter. Der nächste Punkt, ich habe gesagt, dann darfst du natürlich, wenn du einen Partner suchst, die Augen aufhalten. Du darfst natürlich gucken, darfst dich umschalten. Natürlich, wenn wir an den Punkt mit dem Tisch denken, da, wo du sagst, da sind auch potenzielle Jesus-Nachfolger. Also für unsere junge Generation in der Jugend, auf der Pfiuko, auf Freizeiten, wo auch immer oder in Online-Portalen gibt es auch mittlerweile jede Menge, wo du die Augen aufhalten darfst und gucken darfst, natürlich. Und dann will ich dir sagen, wenn du die Augen auf hast, sei mutig. Du darfst mutig sein. Du darfst einen Schritt machen, wenn die Bedingungen passen, diese ersten drei Punkte, die wir hatten, dann kommitte dich zum Kennenlernen beziehungsweise zum Prüfen, ob es was sein kann zwischen euch. Konkret kannst du auch die Frage stellen, brauche auch ein bisschen Mut, deswegen mutig sein, diese Person zu fragen, hey, kannst du dir vorstellen, dass wir uns näher kennenlernen und dass wir vielleicht gemeinsam den Weg gehen? Wir prüfen das nur. und dann, wenn es soweit ist, dann lernst du die Person kennen. Date dich, unternimm was, auch was mit Freunden, damit auch andere mal einen Blick da reinkriegen, wie sieht denn das so aus mit der Person, die du gerade anhimmelst und schau dir an, wie die Person wirklich drauf ist, auch in schwierigen Situationen. Und wenn das alles passt, ja, dann starte doch eine Freundschaft. Die Grundlagen passen, besser wird es nicht, ja, wenn deine To-Do-Liste zu lang ist, deine Checkliste, dann wird es auch schwierig, also fang ruhig an, dann mit dem Ziel zu heiraten. Sonst nicht. Mit dem Ziel zu heiraten. Und wenn du das machst, dann setz dir von vornherein Grenzen. Setz dir Grenzen, denk an die Predigt von letzter Woche oder hör sie nochmal an, genieß die Freundschaft im Rahmen der gesetzten Grenzen, damit du im Zweifel, wenn es doch nicht passt, weil ihr lernt euch noch kennen, auch wieder sauber auseinander gehen kannst. Und wenn alles passt, das ist jetzt sozusagen die Folge von Partnerschaftsfindung, dann verlobe dich. Ja, mach es fest, zeig den Leuten, hier, mein Partner, meine Partnerin, jetzt geht's los, wir gehen zusammen den Weg. Und dann darfst du dich drauf freuen, weil dann kommt am Ende die Hochzeit und du darfst heiraten und dann hast du Gottes Plan mit Mann und Frau entdeckt und du darfst Ehe leben, genießen. Ja, und dann ist eigentlich fertig die Partnerfindung, abgeschlossen. Aber dann ist dann alles easy, automatisch, funktioniert das dann einfach? Baby, erzähl uns doch mal, wie ist denn das dann so? Also ganz ehrlich, Dani ist sechseinhalb Jahre älter und ich habe immer als Teenie gedacht, ja, wenn ich dann meinen Partner gefunden habe, wenn wir heiraten, wir haben uns kennengelernt, auch so in dieser Art und Weise, dann ist alles super. Und ich war wirklich so rosa-rote Brille auf und habe gedacht, jetzt haben wir geheiratet, unsere Hochzeit war mega toll, wir ziehen zusammen und jetzt geht's richtig ab. Es war ja vorher schon richtig gut und wir haben dann zusammengelebt und ich habe, oder wir haben relativ schnell gemerkt, gut, wir haben uns gefunden, aber es ist echt nicht einfach und unsere Zeit am Anfang, ich würde sagen, das erste Jahr, anderthalb Jahre, waren sehr herausfordernd und wir haben schnell gemerkt, Checkliste passt, aber so richtig zueinander gefunden, haben wir noch nicht. Und wir mussten uns relativ schnell eingestehen, zu sagen, so funktioniert das nicht. Entweder wir geben das auf aber wir haben ja gerade schon gesagt, wir wollten heiraten und für uns ist das dann fest und wir bleiben zusammen. Also entweder wir geben auf oder wir müssen was ändern. Und wir haben wirklich Probleme gehabt und haben ganz schnell festgestellt, wir wollen daran was ändern und wir haben uns Hilfe geholt. Wir haben angefangen, Seminare zu besuchen, die uns mega geholfen haben. Ich selber habe Seelsorge gemacht, weil ich gemerkt habe, meine Kindheit war nicht einfach. Ich habe viele Baustellen und ich muss an mir arbeiten, um mit Dani eine gute Ehe zu führen. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Ich glaube, hier sind Leute, die sind vielleicht jahrelang schon verheiratet oder in einer Partnerschaft und fragen sich, ja gut, ich habe die Checkliste, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, ist halt wie es ist. Aber ich glaube fest daran, dass du ganz neu heute, wenn du vielleicht schon 20 Jahre verheiratet bist, deinen Partner neu finden kannst. Und deswegen glauben wir, dass diese Predigt für jeden heute ist, weil auch wenn du schon in einer Partnerschaft bist, in einer Ehe bist, dann darfst du deinen Partner neu finden. Und Dani und ich haben uns in unserer Beziehung gefunden, aber wir mussten uns wirklich ganz am Anfang ganz oft neu finden. Und das ist möglich. Und Gott macht das möglich. Und dann ist Ehe was richtig Cooles. Und da wollen wir euch Mut zu machen. Ja, danke. Ja, es war mal ein Anreiz natürlich. Nächste Woche geht es ja auch noch weiter mit dem Thema. Da geht es um Ehegestalten dann. Wir machen natürlich hier einen Cut. Und ich komme zu meinem letzten Blog in dieser Predigt, wo ich gesagt habe, ich will einfach mal noch ein paar praktische Tipps mitgeben oder ein paar Dinge, die mir einfach wichtig waren in dem Zusammenhang, wo ich glaube, Gott will dir auch noch mal was zeigen in der Richtung. Der erste, ich habe es mal kurz angerissen, ist vielleicht der größte Trick in der Partnerfindung. Werde immer mehr so wie Jesus. Warum? Irgendwas hat Jesus ja attraktiv gemacht. Weswegen sind die Leute hinter ihm hergelaufen. Er war andersartig. Und umso mehr du dich verwandeln lässt als Christ, und dazu sind wir ja sogar aufgefordert, dass wir in das Bild von Jesus verwandelt werden, umso mehr du das tust. Und deine Zeit nutzt gerade als, wenn du alleine bist, ohne Partner bist, umso attraktiver wirst du. Das ist wahre Schönheit, die da hervorkommt. Und das, wenn du das tust, macht es die Partnerfindung viel einfacher. Mini-Exkurs, wie geht das? Ja, in erster Linie, du wirst verändert von ihm, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Besuch Sonntag ist natürlich den Gottesdienst. Hab Zeit mit ihm jeden Tag. Rede mit ihm. Da haben wir gebetet. Hör auf ihn. Lies die Bibel. Ja, das sind solche Dinge, die uns helfen, ihn kennenzulernen. Du darfst dir Input zu Hause hören, du darfst dir Lobpreismusik hören, was auch immer dir hilft, um ihm zu begegnen. Oder es ist der Spaziergang draußen. Was auch immer, tu diese Dinge, um ihm zu begegnen. Und wenn du ihm begegnest, oder wenn er dir begegnet vielmehr, dann wird er was in dir auslösen, wo du merkst, ja, das will ich auch. Und dann sagst du mir, Jesus, ich will verändert werden. Ich will mehr in deinem Bild verändert werden. Ich hab das noch nicht so. Hilf mir, lass mich mehr verwandelt werden in deinem Bild. Ein zweiter Punkt. Wenn du dann, wenn du, also, ja, ein praktischer Tipp, ein zweiter, wenn du einen möglichen Partner ins Auge gefasst hast, dann sprich mit anderen darüber. Hol dir Rat. Was sagen deine Freunde, die wirklich ehrlich zu dir sind? Was sagen Leute aus der Gemeinde, die gläubig sind und schon Jesus lange nachgeben? Frage sie, was sie ehrlich meinen. für dich in deiner Situation. Und bitte, tu mir den Gefallen, in allem verknallt sein, ignoriere das nicht, sondern hör darauf, was sie sagen. Nettium, hier war es auch wichtig, wir haben, als wir diesen Staat hatten, uns kennengelernt haben, näher kennengelernt haben, gesagt, wir möchten natürlich Freunde fragen, aber wir möchten auch die Leitung dieser Gemeinde fragen, die Ältesten. Wir hatten damals ein Gespräch mit den Ältesten, haben gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Macht das Sinn? Passt das? Und ich sage euch, es war gut im Nachhinein, weil es war eine Bestätigung für uns, dass wir sagen konnten, ja, Geschwister, die glauben, die sehen das auch so, die können das auch so sehen. Also hol dir Rat von anderen Menschen, ja, ganz wichtig und ignoriere es bitte nicht, sondern hör es, hör zu, was sie sagen. Andere können das oft viel besser sehen, als man selber. Mein dritter Punkt, vielleicht denkst du gerade, boah krass, ich hatte schon einige Beziehungen und es fällt mir gerade schwer, dir da zu folgen und auch zu glauben, dass Gott da was Gutes für mich vorgesehen hat. Ich möchte dir was sagen. Egal, was bei dir gewesen ist in der Vergangenheit, egal, welche vielleicht auch negativen Erfahrungen du mit Partnerschaft gemacht hast, wir haben einen Gott, der vergibt und der heilt. Und du kannst und darfst einen Neuanfang machen. und dann mach es diesmal anders. Nach Gottes Ideen und Prinzipien, mit Ratschlägen von anderen, mit gutem Fundament, mit Jesus in der Mitte. Es geht und es ist alles möglich und du musst nicht im schlechten Gewissen rumtaumeln oder bleiben, sondern du darfst neu aufstehen und mit deinem Gott losgehen. Er will deinen Schmerz heilen, er will dich trösten und er will einen Neuanfang mit dir machen. In vielerlei Hinsicht, auch in Bezug auf Partnerschaft. Mein vierter Gedanketipp, vielleicht fühlst du dich auch aus der Vergangenheit noch seelisch gebunden. Du klebst vielleicht in alten Partnerschaften fest, sexuell, geistlich oder seelisch. Ich möchte dir auch heute Morgen dazu sagen, das kann gelöst werden. Unser Gott sagt nicht umsonst, dass er erneuert, dass er wiederherstellt. Ihm ist nichts unmöglich, nichts. Wenn du belastende Gedanken an Ex-Partner hast, ist das was, was du im Namen von Jesus lösen darfst und frei werden darfst. Auch dafür ist Jesus gekommen und am Kreuz gestorben. Mein letzter Punkt in diesem letzten Block, vielleicht hängst du gerade noch bei dem Punkt, Christ sollte nur Christ heiraten und fragst dich, wie ist das mit meinem ungläubigen Partner? Ich will dir sagen, es ist nicht Gottes Plan, dass du diesen jetzt verlässt. Im Gegenteil, bete, dass er auch gerettet wird, dass er auch ein Jesus-Nachfolger wird. Es gibt ja auch Menschen, die erst im Laufe ihrer Partnerschaft zum Glauben an Jesus kommen. Die sollen sich deswegen auch nicht trennen. Nein, sondern sie sollen bei ihrem Partner bleiben und dann darf viel gebetet werden, bis der Partner auch zum Glauben kommt. Hiermit komme ich zum Schluss und möchte zu diesem Thema, die Kunst der Partner finden, nochmal drei wichtige Aussagen wiederholen, die wir gehabt haben. Die erste, die wichtigste Partnerfindung im Leben ist die zwischen dir und Gott. Die steht über allem. Das ist das Wichtigste. Die zweite, wenn du auf Partnersuche bist, dein Partner sollte unbedingt auch Jesus nachfolgen wollen. Und der dritte, es ist gut, wenn deine Partnersuche einen Fokus auf dem Gebet hat. Wir wollen eine Zeit haben, die Band wird uns mitnehmen, eine Zeit der Reflexion, circa zwei Minuten, wo du einfach darüber nachdenken kannst und das auch vor Gott jetzt hinlegen kannst, das, was dich gerade beschäftigt. Nutz diese Zeit doch gerne. Begegne Gott und ja, Amen.